In China kam es zu einem erstaunlichen Fund bei einer Ausgrabung. Man fand eine Grabbeigabe der besonderen Art. Einen rund 2000 Jahre alten Bronzekessel gefüllt mit Schnaps. Oder besser gesagt Likör. Dieser ist dem heutigen Reiswein sehr ähnlich. Forschungen sollen nun Aufschluss zu damaligen Brautechniken liefern. Ob der Likör heute noch genießbar ist, bleibt fraglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017